Das ist alles so fängig. Boah, so war der wieder da jetzt. Geradeaus wäre doch durchgelassen. Boah, so war der. Oh, so war der. Oh, so war der. Ja, aber. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Kirche ist in der Kirche. Die Kirche ist in der Nähe von Sanzi, in der Nähe von Sanzi. Oh ja, ich hab nicht das andersrum gesehen. Au scheiße, ist mein Stürmer weg oder was? Der Faden. Das kann man ja nicht machen. Stürmer sind überbewertet. Das ist ein bisschen schon. Ach, krass, alles gut, ich sehe. Ja, vergiss den Schwach. Ach, ich war's. Scheiße, Mann. Ohne Stürmer wird das jetzt natürlich schwierig. Ich hab schon wieder einen weniger, ne? Da genießt man es weg. Ja, da genießt man es weg. Scheiße. Was willst du? Portugal. Wir haben für den deutschen Spieler noch den Nennig, die haben wir noch verkauft und getanzt. Auch die Mannschaft war ja noch ganz gut. Wenn ich es kenne. Ja, naja, ich hab' den. Machen wir eigentlich keine Kumpel-Tisch mehr auf denjugend kommt. Gar nicht. Ist das jetzt nicht nur angekommen? Nein. Nein, der Esburg hat mich ein paar Mal beleidigt, deswegen ist es nicht mehr. Ich bin in die Tür rein und da finde er an, über mein Auto abzulästern. Das nächste Mal hat er mich ja Karin als erinnern. Und das nächste Mal habe ich ihm mal gesagt, wo es dann geht, dass ich mich zu klaren Spanns rausgekirme. Und da ist das wieder 0-1 verloren sein. Mist. Das ist schade, oder? Irgendwie, ich weiß nicht. Er provoziert, ja, ja. Ja, über 20. Nein, verloren, schon zum zweiten Mal. Ja gut, aber ich meine, ich habe auch... Ja, gegen dich, das hat aber...